Ich hasse diese Stelle mittlerweile. Ich hasse sie, ey. Oh Mann, ich bin die Küche, ey. Ruf 148, warum sammelst du nicht ein? Ja, willst du auch nicht. Nein, 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 genau. 1,75. So, 355, die ich schon mal nicht schlecht. Bei 5 von 100 mache ich mir natürlich Sorgen. Ach, Mann. Man muss ja noch nicht öffnen. Oh. Na? Oh. Diese Knarre ist zum, 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 zum. Nee. Äh. Äh. Das ist ja ein, anstrengender, ganz. Oh, es gibt's doch, ne? Ich leg dich hin. Eine Zeit für dich. Oh, Zeit. Gibt's doch nicht. Sie ist doch. Du willst es aber auch wissen, was? Du willst es aber auch wissen, was? Ich krieg die Krise, kriege ich her. Sechere Lastwagen. Kommt dann mit um die Helge. Boah, jetzt aber. Boah, du meinst, du musst jetzt erst nachladen, bitte. So, was machst du denn da? Dieses beschissene Mausrad, ich care. Ich hasse diese scheiß Maus, die geht mir um den Sack. Wechsel doch mal rüber, Mann. Boah, ey, wie ich diese scheiß Ding hasse, ey. Diese Plastikmäuse ist der letzte Müll, ey. Microsoft-Zeitwein da, ey. Mist. Es funktioniert nur so eben, wie es soll. Richtig zu Gaming, auch das Ding. Auch sichere Entfernung. Der läuft sich schon wieder der, der so schnell läuft, der hat Angst, dass man was verpasst. Er ist ein Haust her. Ich muss es erinnert. Ich muss es erinnert. Da ist ein Haust her. Ich muss es erinnert. Wir sind ein Haust her. Fahne! Wechsel rüber, Mann! Du Scheißding! er ist am spiel aber sonst haben die auch keine probleme kann doch sein dass das spieler mann aus diesem scheiß mann für die frau der politiker jeder ruhig wird erst mal weg da den brauche ich sowieso nicht jetzt war noch ein fruchstieferbruch hast du dreck so kommen jetzt muss man auch noch nachladen willst du nachts es gibt es doch erstmal auf weg 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 sag mal nach du sollst nachladen er zieht jedes mal ich krieg die kotze ja genau das bringt den jetzt auch um oder nicht aber ich hätte lad nach bill so ein aber noch was genau das hinter dir stehe alter fahrer warum das mikrofon ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 ja da wird sich wohl als erstes gekriegt na wo ist der beschissene eingang wer lacht hier als letztes lebe ich den rücken zu das war nur zwei ja scheiße dafür ist zu spät ja 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 ein scharf schützen haben wir noch gibt es nicht wie viel kann denn der nicht einstecken alle jungen der schlimme der scharfschützen haben wir noch erst auf das dach nicht die 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 Ich halte noch drauf, weißt du. Das ist einfach so gebehindert. Mach, Mann. Die Kacken, Mensch. doch mensch nee das ist ja so eine stunde so eine beschissen entfernung der tot sein jetzt aber es wird auch nicht langweilig es wird auch nicht langweilig also es haben wir jetzt na und komm 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 digger komm platz so ausnutzen das taugummi das sehe ich genauso ach ne gibt es nicht aber noch also existiert doch so ihr seid ja lästiger als fußbilder ja was noch mal mit gefühl ach man ja genau so an die dann ist ich setze da hinweg und ruhe hat ja gar nicht konzentrieren ja genau mal gucken ob wir irgendwo noch was ist zwei maschinen und was haben wir was haben wir hier oben mit panzerfaust das hat ja wir sollen den lkw und wenn der noch mal aufsteht so jetzt den Deckel erstmal so das ist schön wenn ich da jetzt mal der bischof das geil was soll das ja für eine summe und ich hätte mit aufgestanden und jetzt hier auch knapp gar nichts für Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Outro